Hallo, da ist Moll. Herr Moll, da ist Glotz. Da in der Fabrik ist wieder alles zu entropfen. Die Maschine macht wieder ein ganz geführiges Grünschen. Ja, das tut mir leid. Sie müssen mir helfen, Herr Moll, ich weiß es nicht weiter. Haben Sie es schon mit dem Umschalthebel probiert, Herr Gotz? Ja, da habe ich. Und ist etwas passiert? Ja, die Maschine hat mich mit dem Schokoladen vollgespritzt. Dann probieren Sie es mal mit dem anderen. Ja, habe ich gemacht. Und, ist etwas passiert? Ja. Es ist ein weiss Schokolade. Ei, ei, ei. Sie müssen den Hebel ganz links nehmen. Ja, habe ich gemacht. Und, sind Sie wieder vollgespritzt worden? Nein, jetzt läuft die Maschine irgendwie schabbar langsam. So schaffen wir den Auftrag niemals, Herr Moll. Wissen Sie was? Ich komme schnell vorbei. Ja. Ich bin also wie der Blitz in die Fabrik. Was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass Willi und Fritz wieder im Zirkus waren. Jacky hat sie wieder losgebunden gehabt und hat ihnen befohlen, den Hund zurückzuholen. Ja, wegen dieser Belohnung. Sie wollten ja zwar nicht, aber Jacky hat doch das Evi noch als Geiseln genommen. Dann sind sie eben doch gegangen, den Kartoffel zu befreien. Ja. Wir müssen da uns gerade krückeln. Ja. 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 Ja.